First Choice Catering liefert ein umfassendes Sortiment an Ersatzteilen für den Gastronomiebereich und ist mit seinem Angebot der führende Händler in Großbritannien. Die 12 Hanoline Lifte sind in Dreiergruppen angeordnet. Im automatisierten Versandlager werden neben Ersatzteilen aller großen Hersteller auch Verbrauchsmaterialien sowie Werkzeuge aus den Bereichen Gastronomie und Kältetechnik bereitgestellt. Die Anbindung an das Warenwirtschaftssystem von First Choice Catering erfolgt mittels einer SQL-Datenbank. Den Bestellungen werden automatisch Aufträge zugeordnet, in welchen die Lagerorte der jeweiligen Artikel in den Hanoline Liften hinterlegt sind. Wenn die Boxen den Scanner am Laufband passieren, werden an der jeweiligen Liftgruppe die Artikel für diesen Auftrag automatisch in die Entnahme befördert. Durch den parallelen Zugriff an mehreren Liften werden die softwareoptimierten Kommissionen zügig und fehlerfrei abgearbeitet. Das Hähnel PicoLite System, welches zuverlässig und verwechslungsfrei den korrekten Lagerplatz auf dem Container anzeigt, unterstützt die Benutzer effektiv und erhöht die Kommissionierleistung. Die Einzelposition wird mittels eines Barcode Scanners vom Mitarbeiter quittiert und im System verbucht. Nachdem die Box alle Stationen durchlaufen hat, wird sie direkt mit dem Rollentransportsystem in die Versandabteilung befördert. Die intelligent integrierten Hähnel Lean Lifte sind das Herzstück des Parts Automation Center und sorgen auch bei hohen Pickzahlen für einen reibungslosen Ablauf. Die First Choice Group arbeitet schon seit vielen Jahren erfolgreich mit Hähnelllagerlösungen und wird auch in Zukunft ihr Wachstum mit Hilfe dieser Systeme vorantreiben. Im neuen Firmengebäude werden 20 Hähnellifte mit einer Höhe von jeweils 12 Metern das Versandlager weiter vergrößern. Die First Choice Group Die First Choice Group Die First Choice Group